weiter geht's get to the catcher da gleich mal ein paar basic health cautions benutzen wir haben ja schon 99 98 jetzt ist das nacht jetzt kommen auch 80 miros oder wie und der mir da ist ein ein gegner point completed die muss ich einfach nur ausweichen oder wie so der punkt gehört mir auch gleich wo ist der nächste punkt da vorne dass er noch ein tier wo wo nichts gezahlt ich will hier drin bleiben oh jetzt sind das drei der nächste punkt ist da lasst mich in ruhe nein ich will wieder rein point captured das war heftig so eine schwere eine große trockfalle 35 gespielzeuge geil eine stun bomb questionable jerky zwei frostresistenz tränke weiter nächstes event snowball target practice ok holen wir uns wieder schneewelle ein e-füßtert uns gerade so wir müssen ziele treffen so jetzt jetzt er ist einfach so da haben wir noch einen oh der ging daneben da ist noch einer versteckt so und jetzt da und hier und das das war's cool 39 spielzeuge geil eine mittlere trockfalle dieses mal ein blizzard schistereck ein forst assistance forstschutztank ein advanced health potion drei basic health potions und eine forstbomb geil weiter geht's das ist ja voll geil So, der nächste ist da vorne Dann hier Ich bin schon drin, oder? Ja, da vorne Nein, da Nur noch 45 Sekunden Na toll, jetzt ist hier nachts irgendwas Da Oh, das ist sehr nett, dass das hier gleich Äh, dran ist Halt, das war zu weit Nur noch 15 Sekunden Und das ist die letzte Vorletzte War das Wow, geschafft Um eine Sekunde habt ihr Okay, wir haben Fridget Pie, Blizzard Shizzle Deck 40 gerettete Spielzeuge, geil Eine Freeze Bomb Advanced Excavator Was macht er eigentlich? Use to clear large areas of selected layer Or weaker blocks Place and activate to use Okay Basic health potion Health regeneration potion Zwei arctic lanterns Geil So Weiter geht's Get to the capture Das ist wieder ein Ein normales Oh, da kommen wieder Gegner Ich bleib hier drin Versuch doch, mich hier rauszuholen Da kommen die nächsten So, der nächste ist da vorne Das ist ein Rentier Komm doch her Komm doch her Oh, da kommen jetzt wieder welche So, schön was wir Zwei Spielzeuge wieder Hallo Elfi Bis, jetzt ist da eine Tasche Ich hoffe, die bleibt noch Das ist der letzte Punkt So, zwei Spielzeuge Snow Cube Basic health potion Resistance potion Oh, da sollten wir mal wieder eine nehmen Hier Advanced Extractor 14 Spielzeuge Dieses Mal nur Schade Zwei Sun Bombs Drei Basic health potions Und einen Speed potion Geil So Oh, jetzt sind die mittleren Spielzeuge leider weg Wollen wir mal Das waren die Snow Ach, Snow Cubes Ah, okay Ich dachte, das wären Snowballs Can be thrown Okay So, dann Geht das jetzt mit den Großen weiter Bin ich schon gespannt Get to the Cap Wow Ah, da ist er drin Da Wir müssen sechs Der nächste ist da vorne Boah, ich hätte fast ein zweites Mal gerollt Das ist ein Rentier Da Der nächste ist da vorne Komm doch, komm doch Hat leider nichts fallen lassen Aber das sind schon die nächsten Ein Rainbow Na komm her Komm her Wahrscheinlich kommen gleich die nächsten Wo? So Da haben wir jetzt ein bisschen was bekommen Der letzte Und nur noch 30 Sekunden Zeit Und das sind noch so viele Gegner Nur noch ein Prozent Also ein Tick Zehn Prozent So, geschafft Eine Fridget Soup Fridget Pie Advanced Extractor Crystal Shot 38 Gehrte der Spielzeuge Juhu Stunbomb Zwei Basic Health Potions Eine Advanced Health Potion Und Health Regeneration Potion Geil So Was kommt als nächstes Ventured King of the Chill Don't let training minions capture their control point Oh, okay Jetzt müssen wir verteidigen Stirb Oh, cool Nein, das ist einfach nur ein Raid hier Da sind welche Wow, das sind jetzt noch ein paar Viele Der Miro Minion Cool Was wir da alles kriegen Wow, wo kommt plötzlich dieser Rambu her Cool Worms auch So Jetzt ist gerade keiner mehr da Da Ich mache erstmal den Shishat und den Rambu Und Wir sind schon bei 40 So, jetzt kommt der dran Und der Nur noch 16 Sekunden Cool Discovered Grand Arctic Lantern Geil 8 Sekunden nur noch Oh, da kommt wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr 2, 1 und Geschenk 38 Spielzeuge Eine Stunbomb Eine Forcebomb Zwei Firebombs Basic Health Potions Zwei Health Regeneration Potions Und eine Grand Arctic Lantern Geil Unsere letzte Falle Vorher kommt aber das hier mal kurz ins Inventar So Ice Spy Oh Da müssen wir jetzt wahrscheinlich 5 finden oder wie 5, ja Shishat wearing yellow top hat Yellow top hat Yellow bow tie Äh The one with red bow tie Ich finde keinen mit rotem Der hat schwarz Bist du Ist du Ja Der hat ne rote Bleib hier Verdammt nur noch 30 Sekunden The one with holiday hat And black bow tie So The one with only a black top hat Mist Mist Nee Das ist er nicht Das ist er nicht Nein, das ist er auch nicht Verdammt Der da ist es Nein, das ist er auch nicht Der ist es Oh Mann Lust Eine Sekunde Eisbeifelt Nein Boah, das waren so viele Mist Eine Falle ging halt echt daneben So, wie viel Spielzeug haben wir? 310 So Da ist zum Glück gerade ein Elfi Rezept Was könnten wir denn kaufen? Wir können alles außer die 500er kaufen Snowball Snowball turret A deployable turret That last 90 seconds It will target creatures nearby I have Okay Geil Und hier Holiday decorative tree Sure ice Can be thrown Shrieken Geil Blizzard bomb Okay Geschenke haben wir hier noch Blue gift box Green Red gift box Candy cane gate Candy cane fence Gingerbread door Gingerbread chimney Gingerbread roof Wafer gingerbread roof Gingerbread stairs Blue holiday lights In rot und grün auch noch Und in gelb Ähm Dann haben wir noch Candy cane wall Brick gingerbread wall Swirl gingerbread wall Tiles gingerbread wall Gingerbread wall Und Gingerbread window Und das ist das was wir brauchen Um das Gebäude umfett zu machen Deswegen Wird das da gleich Mal gekauft Did you show the truck once more Thanks for the toys Here's your goodie So jetzt haben wir das gekauft So Was kaufen wir noch Was kaufen wir noch Als nächstes Ähm Wir können uns noch 200er Rezepte leisten Hm Ich glaube ich möchte die Geschenkboxen Als nächstes haben Deswegen kaufe ich mir jetzt Blau und Grün So Super So wo sind sie Wo sind sie Geschenkboxen Müssten eigentlich Hier sein Hey wo sind sie Wo sind die Geschenkboxen Ach Für Storage Ja geil Haha Okay und dann Fenster müssten hier unten sein Hier Gingerbread window Dafür brauchen wir Gingerbread loaf Red pigment Glass Und Molasses Okay So Jetzt holen wir uns Fünf Jetzt holen wir uns ein paar Rentiere Jetzt gucken wir dann nach links So das ist ein Red Giftbox Das ist nichts drin Oh okay Äh der Sand Leute Äh okay Eigentlich wollte ich eine Fall Oh Da ist was Das sind Geschenke Drei Green Holiday Ja cool Das ist auch ein Geschenk Ja geil Da vorne ist ein Geschenk Okay Das ist ein Smalltruck Trap Halt 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 Dich brauche ich Ich würde sagen Wir suchen jetzt Geschenke Dann lassen wir die Rentiere Oder Ja wir töten Rentiere Und sammeln nebenbei Geschenke Da vorne ist ein Ein Rentier Ähm Um Bis wir wieder fünf Kleine Trockfallen haben So Zwei haben wir Lol Da hängen zwei Bis das ist 40 Geschenke Geil Geil Sau geil Ist das Geschenke Oder Rentiere Wo seid ihr Geschenke Oder Rentiere Wo seid ihr Da ist ein Rentier So Drei Grüne Also wir können Gegenstände Droppen Spielzeuge Können sie Fallen Und Fallen Vier Spielzeuge Hurra So Die Stuntrums Die wir jetzt die ganze Zeit bekommen haben Sind halt jetzt auch sehr praktisch Finde ich Noch eine Falle Das sind jetzt drei Noch zwei Fallen Dann hätten wir es Da würde ich wieder Fallen machen Das sind jetzt nirgends Geschenke Aber auch keine Rentiere Hallo Hi Tyron Ich bin auch mal wieder dabei Elfie ist da Wir können Geschenke kriegen Da ist eins Was Was ist Nein das ist ein Schwein Da oben ist ein Oh Ne da will ich jetzt nicht hoch Wir können Geschenke kriegen Weihnachtsgeschenke Ich habe gerade schon gedacht Oh gar keine Geschenke mehr Also ich habe die Kisten nicht mehr gesehen Die man ja immer beim Eindocken bekommen hat So hier habe ich eine blaue Geschenkebox Zwölf Spielzeuge Zwei Gingerbread Wolf Holiday Pet Head Ja geil Und hier gibt es so viele Rentiere Was Ja aber die kann man leider nicht zähmen Die muss man töten Dann kriegt man Weihnachtsgegenstände Hä Wo ist hier das Gegenstand hin Ist doch gemein Oder Spielzeuge Oder Druckfallen Und die Druckfallen Da kriegt man auch Spielzeuge Und die Spielzeuge kann man bei Elfie Den Weihnachtselfen Äh Weihnachtsdiffie Tauschen Wo Gingerbread Wolf Für ähm Rezepte Gegenstände Oder Irgendwelche anderen Sachen Features Okay Und ich bin schon die ganze Zeit Am rummachen dafür Ich glaube die Quests Kann man auch gemeinsam machen Bin mir aber nicht sicher Okay Wo sind denn die Quests Sind da X ganz normal Die sind Äh Im Schneegebieten Sind die Gibt's die Und Äh Die Quests sind praktisch Die Druckfallen Wenn du die Hinstellst Äh Dann sind das Ähm Ach die vierte Druckfalle Äh Wie Wie mache ich denn das Im Schneegebiet musst du Also der linke Teleporter Okay Irgendwas habe ich jetzt gedrückt Und dich kann ich mir Ah Jetzt weiß ich was C gedrückt Und bin geschlicken Und konnte nicht mehr Von dem Flick laufen So Du bist im Schneegebiet Ja Was war das denn jetzt Ich kann nicht mehr zu dir teleportieren Mit dem Teleporter Äh Den habe ich abgebaut Den trage ich gerade im Inventar Falls ich auf Reisen gehe Dass ich dann äh Gleich Irgendwelmehr dabei habe Und sofort wieder zurück kann Um mein Inventar zu leeren So Übrigens Ich habe dir gesehen Wo du den zweiten Teleporter Dann gebaut hast Auf den Bergen Da komme ich mit Meinen Flügel Komme ich dann etwa 10-20 Sekunden hin Schön für dich Ich hätte Ich könnte den Teleporter Abbauen und weiter oben Wieder aufbauen Aber der hier In dem Schneegebiet Der ist super Hightowern So ich gehe wieder Da nach hinten Ach du bist gerade Mit dem Teleporter Da lang Nee Aber da ist ja eins Von den Reentieren Ja So Das sind Leerere Ja Ich stelle gleich eine Falle auf Willst du mitmachen Also wir können das mal versuchen Ob das zu zweit geht Die sehen ja aus wie diese anderen Viecher Ich habe schon wieder 121 Spielzeuge Die schauen aus wie Ramboos und heißen auch Ranboos Okay Mit E-N Stellt A-N Ja